ich arbeite extrem oft mit der plattform task cards de nur leider gibt es für diese plattform keine app was ich sehr sehr schade finde aber es gibt einen trick wie ich diese website auf dem ipad so erscheinen lassen kann dass sie quasi nicht nur so aussieht wie eine app sondern sich tatsächlich auch so bedienen lässt das ganze nennt sich progressive web app ich zeige das ganze hier mal am beispiel ich bin hier im safari browser drin und ich bin jetzt hier in meinem task card konto eingeloggt und ich gehe mal kurz zurück auf meinen home bildschirm man sieht ich habe hier leider keine möglichkeit task cards direkt als app eben abzurufen natürlich könnte ich mir jetzt hier über meine lesezeichen das ganze speichern aber es geht tatsächlich noch ein tick unkomplizierter indem ich nämlich hier jetzt das ganze auf den home bildschirm legen also ich gehe hier auf den teilen pfeil und suche hier unten den menüpunkt zum home bildschirm den wähle ich mal an dann sieht man hier ich habe schon ein kleines miniatur bildchen ich kann das jetzt noch benennen das passt in dem fall jetzt schon wunderbar ich klicke auf hinzufügen und man sieht es schließt sich automatisch und ich habe task cards jetzt hier wie ein app symbol quasi liegen wenn ich das ganze jetzt hierüber starte dann gibt es noch eine kleine besonderheit weil es sieht tatsächlich überhaupt nicht mehr aus wie ein browser also hier oben fehlt auch die adresszeile und alles aber ich kann es jetzt wie eine app ich kann mich jetzt hier anmelden und kann es dann wie eine app mein konto vollständig bedienen ist eine wirklich nette sache um dann eben sehr schnell über den home bildschirm auf zum beispiel task cards zuzugreifen wichtig zu wissen in diesem zusammenhang ist es es funktioniert nicht mit allen websites man muss es einfach ein bisschen ausprobieren ich zeige das ganze hier mal am beispiel von unserem blog der ideenwolke hier kann ich das ganze jetzt auch machen ich klicke auf den pfeil und füge das ganze zum home bildschirm hinzu hier das passt auch alles schon ich füge hinzu und man sieht auch hier app symbol und ich könnte das jetzt übrigens auch wie jede app hier verschieben in ordnern organisieren und so weiter wenn ich das ganze jetzt aber anklicke dann komme ich tatsächlich nur zurück in den safari browser also ich sehe hier oben die adresszeile und so weiter am besten einfach selber mal ausprobieren mit plattformen oder websites die man häufig nutzt ob das dann wie zum beispiel bei task cards so eine progressive web app ist oder nicht es macht die bedienung in in jedem fall noch mal deutliches stück einfacher ein